Hallo ihr Lieben, hier ist Maxi von der Altona Silberwerkstatt, heute mit dem V-Knife Quark. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Messer. Es ist ein kleiner High-End Box Cutter. Das Quark ist ein Ostap Healdesign und Ostap hat es nach dem kleinsten uns bekannten Bauteil unseres Universums benannt. Das heißt, Protonen bestehen aus Quarks und deswegen hier ein Quark. Tatsächlich gibt es kaum kleinere Fix, an die ich mich erinnern kann. Es ist mit Sicherheit das kleinste Fix in unserem Online-Shop. Ihr seht schon, zwei Varianten gibt es. Beide haben diese Mini-Klinge mit dem Jimping, um es in den Karton zu führen. Die Klinge ist aus, hier hinten sieht man es, natürlich High-End M390 Stahl. Die Klinge hat ein Two-Tone-Finish mit dem Satin hier oben und dem Blackwash. Alles, was dunkel ist, ist Blackwashed. Schönes Two-Tone-Finish. Einseitig angeschliffen. Die silberne Variante hat, also wir haben jetzt M390 als Klingmaterial und als Griffmaterial, als auch als Scheidenmaterial Titan. Die silberne Variante hat ja noch eine Carbon-Platte oben drauf. Wird mit einem Magnet, hier drin, ist mit einem Magnet ausgeschaltet, das so die Führung ein bisschen erleichtert. Und es klickt sehr schön, wenn es einrastet. Sicheres Geräusch, wie ich finde. Also es gibt vermittelt Sicherheit. Die goldene Version identisch, bis auf die Platte hier oben und dem Gold-Bronze-Ton. Hier wird auch Titan. Hier hat sich Osterpeel oder V-Knife auch für Titan entschieden. Rückseite schlicht schwarz. Nur der Designer. Klinge ebenfalls gleich wie bei der silbernen Version. 2 mm schlank. 1,2 cm lang. So. Es gibt sicherlich nicht viele Anwendungsbereiche für so ein Mini-Messer. Der Vorteil ist, es passt fast überall rein. Es passt in die Hosentasche, es passt in, ich würde behaupten, sogar in das Münzfach der Geldbörse. V-Knife liefert hier so eine Kette dazu. Als Neckknife. Dazu würde ich diese beiden Schrauben lösen und dann kann man das hier so durchziehen. Auf der anderen Seite gibt es sich auch noch die Möglichkeit, vielleicht ein Lehnerd anzubringen, je nachdem. Deswegen habt ihr hier noch diese Schraube. Zum Größenvergleich. Das Ganze ist 4 cm groß und ich habe meine 2 Euro Münze mitgebracht. Da sieht man ganz gut, in welchem Verhältnis es geht. So. Jawohl. Lasst mich gern wissen, wie euch das Messer gefällt. Und bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Schauen. Und bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Und bis bald, ihr Lieben. Und bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank.